zurückgehst, oder? Doch, 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 ich find das schon. Warum doch und das gleich viermal? Hier ist ein Canyon. Mit Minengang. LOL. Ja, ich glaub, wir sollten hier öfters hinkommen. Beziehungsweise wir müssen hier wohl auch ein Nachtlager errichten. Wie ging das mit dem Homesitzen? Naja, schräg, schräg, set home. Nicht einfach nur schräg, ich home. Nee, nee, das werden dann teleportieren. Okay. Das haben wir Essentials drin? Äh, warte. Ja, Essentials müssen wir drin haben, ja, zusammen. Home set. Ja, ich hab ja echt gerade Schiss zu sehen, dass der runterfallt. So, ich kann nicht mehr weitermachen, hab kein Holz mehr. Ja, und ich... Es wird schon wieder dunkel, oder? Ja, eben. Das heißt, ich sollte mich langsam mal auf den Heimweg machen. Hast du da Setzlinge vor unser Haus gesetzt? Ja. Okay. Äh... Du musst dran glauben, Baum. Ja, ich muss auch gleich dran glauben. Hallo, weiterspulen. Hallo. Oh. Dass dieser Knopf immer nicht funktioniert. Jetzt. Oh, ich mach mir auch mal Musik an. Da ist ein Kürbisse, soll ich die mitbringen? Da ist ein Schaf. Nee. Mach nur. Was sind das? Das ist ein Schwein. Ich hab zwar voll die Stehen Schüsse, so gleich verreckt hier, aber... Oh, hier sind ganz viele. Ich hab sowieso. Na, ich hab ein Schwert. Kann man sich noch Steine auf den Kopf setzen? Nee, geht nicht. Nee. Schade. Ja. So, warte mal. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Da oben sind Schweine. Oh, ich will die Schweine haben, aber ich... Ich hab keine Zeit mehr. Warte mal. Ich guck mal auf die Uhr. Warte mal. Ich mach mal kurz Mikro... Mikro stumm. Lamm. Lamm. Boah, Alter, ich wär gerade fast in Canyon gelatscht, ey. Also, weißt du, so... So halt, äh... Einhändig zielt. Weil ich musste mal wieder zielen, ne? Und, äh... Ach, geht wohl doch nicht ohne. Naja, zwischendurch brauchen wir dann doch mal ein bisschen Hilfe. Alter. Was ich für eine Scheiße mache, ey. Du brauchst wirklich Hilfe. Äh, vom Klempner, vom Seelenklempner, Alter. Naja, nicht wirklich. Nein, bei dir hilft einfach nur die Psychiatrie. Naja, ist doch der Seelenklempner. Ähm. Aber, ne, brauch ich nicht. Ich hab meinen eigenen Seelenklempner. Lamm. So, ich hab... Hey, ich herf dir jetzt Schneeball in den Kopf. Ich bin immerhin schon im, äh, Schneegebiet. Ja, ich... Ich werf dir böse Argumente an den Kopf. Warte mal, ich setz mal einen Waypoint. Setz nochmal in den Canyon einen Waypoint. Waypoint. Ach, ich finde auch wieder alleine hin, ohne Waypoint. Okay. Äh, ähm... Waypoints. Off. Remove. Ex... Remove. Back. Exit my leave. Theoretisch bin ich schon wieder zu Hause. Praktisch allerdings noch nicht. Weil ich fäll hier halt gerade mal einfach mal so einen Baum. Und zwar mit einem rohen Stück Fleisch. Super schlau. Wenn man sich keine Axt macht, ne. So. Da unten sich der Name. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist so Eisen gewundert. Ich? Ja. Ja, in dem Canyon ist garantiert welches. Außerdem ist da ein Minengang. Hallo? Ja. So, wie komm ich jetzt da runter? Ohne, dass ich mir weh... Au! Nein, ich dachte schon. Ähm. Wo bist du denn da? Zuhause? So. Tja, also den Ofen, den sollten wir da vielleicht nicht liegen lassen. Wieso? Weil das scheiße aussieht. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so ungekonnt. So. Ich finde es ja eigentlich nicht so ungekonnt, ne. Äh. Äh. Ich werde mir auch so machen, dass im Prinzip hier dein Zimmer ist oder so und da drüben dann meins. Oder so. Warte mal, ich hab auch gerade ne geile Idee. Aber die, äh, ja. Ich richte mir jetzt mal mein Zimmerchen ein. Mach nur. Ich hab einen Ofen und ein Crafting-Table. Haha. So ein Hightech brauche ich nicht. So, Kohle. Mein Essen muss ich brutzeln. Dann mache ich mir ne voll krasse Rüstung. Machen nochmal zwei Zäune. Zäune, äh. Äh, wie geht denn das? Weißt du nicht mehr. Sticks sind die, gell? Hm. Okay. Zaun. So. Oh, jetzt ist überall nur. Wir haben gleich ne Ozean in der Nähe, gell. Echt? Ja, guck mal auf die Weltkarte. Ja. So. Mein Essen ist fertig. Dann kann ich noch ein bisschen Kleenex machen. Mach ich mit. Hast du noch nen Ofen? Warte, ich mach selber, warte. So. Und warum machst du hier jetzt noch eins breiter? Warum nicht? Schön. Nein, weil ich hatte dann die Idee, dass wir halt hier das so ungefähr in der Breite lassen und dann das hier aufhören lassen, hier so. Dann, ja. Und dass es dann hier noch weiter geht, irgendwo nach hinten und in weitere Räume. Hm. Ja, dann würde ich aber eher sagen, dann mach mal hier. Ja, was war denn jetzt? Hier, hier, hier so Zäune hin und dass es dann hinten wieder eins tiefer geht. Hm, weiß ich nicht, weil ich hatte mir... Dass es dann auf die ganze Breite eins tiefer geht, weißt du? Hm. Das wäre es dann immer, wenn sie auf die ganze Breite weiterziehen. Ja, von mir aus. Also mein Plan wäre, statt. Ich habe eine Lederrüstung. Oh yeah, ich bin, äh. Aber wie viel braucht man? Acht, ne? Acht Kohle für den Stack. Ja. Jut. Wie viel Kohle hast du nur noch? Sechs. Gib mir mal drei. Kann ich noch ins Deck warten? Außerdem ist das hier mein Zimmer, gell? Ah, das ist mal die Kittmische. Nein, mein Spitzack ist im Arsch. Ähm. Ein Fernseher? Fernseher, nö. Aber ich muss jetzt gleich Geschichte lernen. Denkst du nur? Nein, denke ich nicht nur. Muss ich. Und das mache ich auch freiwillig. Bart. Hast du, ähm... Äh, bla, bla, rede, wollen? Nö. Ich habe noch kein einziges Schaf gesehen. Im ganzen, in der ganzen Aufnahme, die jetzt auch schon so lang ist. Aber mache ich ein Crafting Table am Crafting Table. Vielleicht, weil du dumm bist? Eigentlich auch nicht. Leider geil. Nee. Aber, boah, ich Titi mache dazu. Die nächste Parodie. Nächsten Freitititag, also morgen. Alter, morgen ist schon wieder Freitag. Lol. Haha, ich habe drei Öfen mehr als du. Für sich ist cool, ja. Ja. Eigentlich ja schon, ne. Ja, tut mir ja leid, aber ich konnte deinen Zaun leider nicht ganz bis durchziehen. Und deswegen mache ich mir jetzt nochmal zwei. So. Ups, da ist ja schon Außenwelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.